Servus und willkommen zu diesem zweiten und letzten Übungsvideo zum Prisma. In diesem heutigen Beispiel sollen wir von einem Prisma Höhe und Oberfläche berechnen. Und wir kennen zusätzlich zu den angegebenen Größen das Volumen. Also wir haben folgendes Prisma und kennen das Volumen. Wie auch schon im letzten Beispiel, im letzten Video, würde ich auch mit der Berechnung des Volumens beginnen. Also V ist gleich, Grundfläche mal Höhe. Allerdings haben wir jetzt das Volumen schon gegeben, das ist 183. Die Grundfläche wissen wir nicht und die Höhe wissen wir auch nicht. Wir sollen aber die Höhe berechnen. Die Grundfläche können wir auf jeden Fall berechnen mit den angegebenen Größen. Als Grundfläche nehmen wir natürlich wieder diese gelbe Fläche hier vorn. Meine Grundfläche kann ich ausrechnen, indem ich das Ganze unterteile in ein paar Vierecke bzw. Dreiecke. In diesem Fall sind es zwei Rechtecke und ein Dreieck. In diesem Dreieck kann ich den Flächeninhalt berechnen, wenn ich die Höhe weiß. Ich weiß, dass das Ganze da unten 5 lang ist. Insgesamt ist es 8 lang. Das heißt, für die Höhe im Dreieck bleiben noch 3 übrig. Jetzt müsste ich noch wissen, wie lang dieses Stück ist. Na ja, da weiß ich, dass das Ganze 9 lang ist. Und dann ist dieses Stück hier 2 lang. Dieses Stück ist 3 lang. Das heißt, das insgesamt ist 5 lang. Dann bleiben für dieses Stück noch 4 übrig. So, dann wissen wir, in diesem Rechteck Länge und Breite, nämlich das ist 9, das ist 5. Das heißt, da kann ich den Flächeninhalt berechnen. Da fehlt uns nur noch dieses obere Rechteck. Da haben wir schon die Länge, die ist 2 lang. Das ganze Ding ist 10 hoch. Das da unten ist 5. Ja, das wissen wir ja von da. Somit bleiben dafür die Breite noch 5 übrig. Ich kann mir also, wenn ich diese 3 Flächeninhalte berechne, ich nenne sie mal A1, A2 und A3. Ihr kennt das ja schon. Die Grundfläche berechnen. Wenn ich die alle zusammenrechne, die Grundfläche ist also A1 plus A2 plus A3. Jetzt muss ich die nur noch einzeln berechnen. A1 ist 5 mal 2, also 10 Quadratmeter. A2 ist 9 mal 5, also 45 Quadratmeter. Und A3 ist 3 mal 4 halbe. Halbe, weil es ja nur ein Dreieck ist und kein Rechteck. 3 mal 4 halbe. Das heißt, ich kann auch 3 mal 2 rechnen, wenn ich 4 und 2 kürze. Also das ganze 6 Quadratmeter. Somit ist dann die Grundfläche 10 plus 45 sind 55 plus 6 sind 61 Quadratmeter. Ich kann das jetzt also für die Grundfläche einsetzen. 61 mal H. Jetzt löse ich meine Gleichung, indem ich durch 61 das Ganze dividiere. Und dann bekomme ich für die Höhe 183 durch 61. Naja, und das schaut sehr stark nach 3 aus. 183 ist genau das Dreifache von 61. 3 Meter. So, das heißt, ich habe die Höhe berechnet. Perfekt. Die Höhe brauche ich auch, um die Oberfläche zu berechnen. Und um die Oberfläche kümmern wir uns jetzt. Die Oberfläche besteht auf jeden Fall zweimal aus der Grundfläche, weil ich diese gelbe Fläche ja auch auf der Hinterseite meines Prismas habe. Das heißt, ich schreibe schon mal 2G. Dann mache ich mir mal Gedanken über diese roten Flächen, beziehungsweise diese rote Fläche, aber die habe ich ja auf der anderen Seite auch. Ich nenne diese rote Fläche vielleicht A4. Die brauche ich zweimal, deswegen schreibe ich plus 2 A4. Was haben wir noch so? Wir hätten da noch eine Fläche rechts von dem Prisma. Also auf der rechten Seite, das ist A5. Die brauche ich einmal, die wird kein zweites Mal vorkommen. Also schreiben wir plus A5. Dann gibt es noch die Fläche hier, die nenne ich A6. Die ich auch nur einmal brauche. Das schreibe ich dazu. Dann gibt es noch diese Fläche hier. Ich nenne sie A7. Plus diese Fläche oben. Die nenne ich A8. So, jetzt haben wir alle Flächen, die wir sehen, schon mal bedacht. Plus die Grundfläche hinten vom Prisma und diese Fläche hinten beim Dach. Ich nenne es mal Dach. Jetzt gibt es aber noch zwei Flächen, die ich nicht sehe. Nämlich einmal wird das diese Fläche hier sein auf der Seite, hier links. Das nenne ich A9. Und es gibt auf jeden Fall noch eine Fläche, denn mein Prisma muss ja auch irgendwo stehen auf irgendeiner Fläche. Und das wird die letzte Fläche sein. Das wird A10 sein. Das sind jetzt insgesamt noch sieben Flächeninhalte, die wir da berechnen müssen. Aber es sind sieben Rechtecke, also das sollte relativ schnell gehen. A4. A4 ist einfach 4 mal dieses Stück. Und dieses Stück ist ja die Höhe vom Prisma. Also 3, das haben wir schon berechnet. Das heißt, wir berechnen 4 mal 3. Der Flächeninhalt A5 ist also hier die Höhe, die war 3. Und dann noch die Breite vom Rechteck, die ist 5. Also 5 mal 3. Dann haben wir A6. A6 ist diese Fläche hier, die da wieder natürlich die Höhe braucht, die 3 lang ist. Und das Stück, diese Breite war 5. A6 ist dann auch 5 mal 3. Was war A7? A7 war diese Fläche. Hier, das ist 3 lang. Das ist auch 3 lang. Das sehe ich da. Das heißt, wir haben für A7 3 mal 3. Für A8 sind wir da oben. Da haben wir 1 mal 3 und das ist 2 lang. Das heißt, wir haben 2 mal 3. Und jetzt fehlen uns noch die 2 Flächeninhalte, die wir nicht sehen. Das ist einmal, das da nach hinten, das ist 3 lang. Und nach oben, das ist 10 lang. Das sehen wir hier. Das heißt, die Fläche auf der linken Seite ist 10 mal 3. Und die Fläche auf der Unterseite vom Prisma, das A10, ist dann 3 mal. Und das Ganze ist 9 lang. Das sehen wir hier. Also 3 mal 9. So, jetzt muss ich die nur noch einzeln ausrechnen. 4 mal 3 sind 12. 5 mal 3 sind 15. 5 mal 3 sind 15. 3 mal 3 sind 9. 2 mal 3 sind 6. 3 mal 10 sind 30. Und 3 mal 9 sind 27. Natürlich hat alles die Einheit Quadratmeter. Und jetzt schmeiße ich alles zusammen in einen Topf, um die Oberfläche zu berechnen. Die Oberfläche ist also 2 mal die Grundfläche. Die Grundfläche, die Grundfläche war 61. Also 2 mal 61 plus, jetzt kommt 2 mal, A4 war 12. Plus A5, das waren 15. Plus A6, das waren 15. Plus A7, A7 war 9. Plus A8, das waren 6. Plus A9 war 30. Und dann kommt noch A10 dazu, das sind 27. Das heißt, ich muss nur noch diese Addition machen. Und bin mit dem Beispiel fertig. 248 Quadratmeter. Das war's mit diesem Beispiel. Es war nicht so schwierig. Man muss nur eigentlich die richtigen Flächen alle finden. Die Flächen dann auszurechnen ist nicht so schwer, ist nur ein bisschen mühsam. Und dann alles zusammenrechnen für die Oberfläche. Aber wenn ihr dieses Beispiel geschafft habt, ich glaube, dann schafft sie ja so ziemlich jedes Beispiel. So, wie gesagt, das war's schon mit diesem Beispiel und somit auch mit diesem Video. Und nicht nur mit diesem Video, sondern auch mit dem Stoff für diese Klasse. Wir haben jetzt die zweite Klasse hinter uns. Als nächstes kommt dann die dritte Klasse, wo wir uns viel mit Termen beschäftigen werden. Natürlich wieder mit Gleichungen, binomische Formeln, herausheben etc. Und dann kommt auch Pythagoras und so weiter auf uns zu. Ich hoffe, wir sehen uns bei den nächsten Videos wieder. Und jetzt wie immer. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.